Ich bin jetzt Jungle, mit der First-Big-Rolle-Support und der zweiten Phil. Boah. Boah. Seid Jungle, ne? Unser Zorn ist unkontrollierbar. Oh, Mann, Alter. Oh mein Gott. Der deutsche Swain ist einfach fucking Goebbels. Ne, der ist heimlich Himmler. Ach, die bringen ja jetzt einen neuen Udias drin raus, ne? Mhm. Megakartoffelsack Udias. Ja, Kartoffelsack Udias, Kasato Udias, und das wird bei Dormeyer bleiben. Ähm, Bronze 1, Wain, na? Fortnite, äh, PC? Wird Köln. Wieso hat der Garlio gepickt? Garlio ist halt beim Haufen Scheiße. Fängt gut an. Boah, ist das mal Endgame-Sounds, oder? Boah, war das Schlimme-Jug. Das ist gut, aber das hat sich geklappt. Tschö. Jetzt mach doch den Zaun auf 2! Ich tilt schon vor dem Game. Ja. Ich tilt Garlio dir an, äh, an Agent Cookie. Sie werden gegankt. Oh, sie haben sich trocken lassen. Agent Cookie! Äh, Agent Cookie! Oh. Bullshit! Ist nicht schlimm. Alles gut. Wain hat 11 zuerst. Das macht alles. Na klar. Okay. Du legst dann einfach mal komplett los jetzt. Weil jetzt noch mal reinpuscht. Uff. Riii. Wow. Wow. Nice Flash. Push da weiter! Oh mein Gott. Ich hab geflasht! Als ich das gemacht hab. Nein! Das ist alles opf! Mann, die ist jetzt so level ahead. Ich komm schon wieder nicht ran. Da steht dies auch cool dabei. Junge, meine Ulti geht. Alles klar. Mann, diese Menge an sich sieben. Du hast mehr Damage am Nächsten. Dummes Stück. Das ganze Game nix gemacht. Okay. Ach, meine Ulti geht noch raus. Na klar. Nein, ich hab's überlebt. Alles klar. Nein, das ist falsch. Ich hab's überlebt. Digga, vier Mann. WTF? Warum sind die so trash? Hä? Da sind alle 17 Autotags. Jo, die sind ja so dead. Du Scheiße. Komplett geintet. WTF? Pick Galio, Alter. Und dann pickt man nen Turnschuh. Ah, das ist wirklich eine gute Frage. Aber du hast halt nur den rechten Fuß und kaufst den linken. Die Werner hat dann Autotags abgebrochen. Weil die einfach zu schlecht waren. Und die Kettel hat dann einfach gelackig gesetzt. Ja, aber cool, wenn wir jetzt nicht fighten. Unruh, die ist nicht so weit von mir. Okay, ich hab zwei Leute auf mir. Vayne ist nicht vorhanden hier. Äh, man hat jetzt zwei geschickt dafür. Und Vayne. Oh! Nice! Die Wände habe ich nur gespielt. Na, Stau. Ist das die Flasht einfach für den ich hatte? Die haben also richtig behindert alles auf mich gewastet, nachdem ich eh schon kein Ulti mehr hatte. Das war mega dumm von denen. Irgendwie sind die nicht gut, aber irgendwie sind unsere Mates nicht besser. Alter, diese Kackfalle. Ja, das ist ein echt behinderter Fokus, aber das funktioniert. Alter. Fuckin' loves Vayne. Ist einfach so ein guter Jim. Weil mit der Ulti erst waren wir diese Boss-Transformation hinter dem. Das ist einfach... Das waren einfach zwei Persönlichkeiten. Die haben nicht mal eine. So, da draus jetzt. Alter, du bist ja nächster Alter, komm her. Ah! Easy game. Nice. 100. Bitte? Das ist ein Champion ist behindert irgendwie. Ich bin trotzdem in der Welt. Das war so. Du bist ja nicht in der Welt. Ich bin da. Du wie es ist. Du bist ja nicht in der Welt. Ja, du bist ja nicht in der Welt. Ich bin schon dröhnig. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwann spiel ich lieb auch mal gut. Ab und so, dass man erstellert. Würden Sie sich so etwas an die Wand hängen? Wieso geht Isega denn jetzt Botlane? Haben Sie jemals Ihre Bedenken abgelegt und sich in die Welt des Wrestling gestürzt? Wie steht Galio 200? Wollen Sie noch eine Karte? Warum ist die hier? Können Sie nicht schlafen? Digga, wie ist die 2 Level über mir beim AFK-Sein? Haben Sie auch öfter das Gefühl, Ihr Computer hätte ein Eigenleben? Machen wir jetzt die Box Box im Gegner-Team? Was ist eigentlich Ihr Traum-Beruf? Äh, Level 2 gegen Toplane-Flagezeichen? Wer war Schwester Sarah? Auf er hat das Gefühl, ihr habt ihr Programmat. Wie ist die Beispiele? Wer war schon mal? Wer war schon mal? Wo wird die Beispiele? Was ist die Beispiele? Wie ist die Beispiele?